So, alle, die was zur Siegereibung nicht zu tun wollen, bitte ins Zelt. Ein schlaucher Mensch hat einmal gesagt gehabt, keine Menschen müssen sich groß machen. Mache ich jetzt auch. Also, danke, dass ihr zur Zahlerei gekommen seid. Die ganze Veranstaltung ist unfallfrei runtergegangen. Ein kleines Pflaster, den man nicht braucht. Muss ich auch sagen, super. Nachher, des Weiteren möchte ich der Mannschaft von mir, vom ganzen Verein danken, die was zwei bis drei Wochen zur Druckarbeit haben. Ich darf sagen, es ist einmal ein kräftiger Applaus wert, der Roman, oder? Ja, lieb ist, Team, euer Applaus. Des Weiteren möchte ich mich noch kurz auch bedanken, auch wenn es der Hermann schon einmal durchgesagt hat, an die Sponsoren, ich tue jetzt nicht einzeln auf, ich möchte jetzt nicht allgemein einfach sagen, und an die Sponsoren, herzliches Dank. Des Weiteren an die ganzen Grundeigentümer, die, wo es uns jetzt hier die Strecken zur Verfügung stehen, egal wie wir es verwüsten. Also, auch noch einmal, herzlichen Dank. Und kurz und bündig, wir fangen jetzt gleich mit der Siegereibung an. Danke. Danke.